Weiter geht's. Bin grad ein bisschen angespannt. Okay, hier kann nichts von oben kommen. Wir fahren auch nach unten wieder. Ich mag den Plasma-Cutter ja auch echt gerne, ne? Oh, ein Audio-Log. Oh, ein Audio-Log. Und ich versuche jetzt, einen Kanal zu schaffen, durch den ich das Gewebe einführe. Also im Hintergrund hört man nur die ganze Zeit, nein, was tut ihr da? Und er so, er vertraut mir jetzt. Er vertraut mir vollkommen. Und man denkt sich nur so, ja genau, er vertraut ihr. Das hört man auf jeden Fall. Was zur Hölle? Was für eine ekelhafte Scheiße ist das denn hier? Das ist mein Energieknoten. Energieknoten, so. Geld, ein Schema für die Energiekanone. Okay. Hier will ich auf jeden Fall nicht sein. Also das ist einer der schlimmsten Orte hier bisher. So, was muss man hier als Mischer? Na, ganz toll. Jaja, ich warte. Nee, ich will nicht. Ich will da nicht hin. Ach man. Kapsel. Das war's schon. Na klar, mach ich weiter. Wir sind hier eingesperrt, so eine Scheiße. Ich guck die ganze Zeit dahin, weil der macht doch bestimmt jetzt da irgendwas. Ja, und der andere? Ach du Scheiße. Der lebt wieder! Nein! Kann ich nirgendwohin? Du kannst es nicht töten, Isaac. Es regeneriert sich immer wieder. Verschwinde, Pablo. Ja, will ich doch, aber die Türen sind zu. Nein! Bitte, bitte, bitte. Nicht hier durch. Nein! Ist da jemand? Wiederhole, Isaac. Komm. Nein! 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 Ich habe die Hydrostation erreicht. Sieht übel aus hier unten. Ich kann kaum atmen. Dieser organische Stoff ist überall. Meine Augenbrann! Ich sehe Dinge! Du musst jetzt eine DNS-Probe der Bucherung finden. Nach den Laborberichten wird eine inaktive Probe auf der Intensivstation gelagert. Moment mal. Dr. Mercer hat offenbar damit experimentiert. Ich versuche die ganze Zeit schon Hammond anzufunken, bekomme aber nur Rauschen. Isaac, du musst dich beeilen. Ich höre es. Ich höre es. Nein! Ey, dieses Kackvieh. Das ist nämlich ganz furchtbar, weil wir es nicht besiegen können. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Was ihr gehört jetzt den Kindern? Vorher sind sie sich über das Wissen. Ihr Tod. Ich habe Geburt, bitte. Mach dir mal Luft, bitte. Es kommt. Spät sie. Mann, mach doch mal auf! Meine Fresse! Kannst du jetzt auch mal... Hier, danke. Nein, Mama, nein! Was ist denn mit dem Wunsch? Wo muss ich denn hin? Oh mein Gott! Alter, lass mich in Ruhe. Ich töte den einfach nicht ganz. Alter, du auch noch. Lad doch mal nach! Ey, manchmal ist es echt da so... Hey, da bist du ja wieder. Was muss ich denn tun? Oh, jetzt ist es doch mal gut! Mach auf, du! Okay. Ja, ganz toll. Er liegt natürlich in der Tür. Oh Mann. Geht das noch mal weg? Lass mich hier... Hä? Warum ist jetzt mein Kopf weg? Warum ist jetzt gerade mein Kopf weggegangen? Oh nein! Warum müssen wir den jetzt wieder weitermachen? Wo ist mein Kopf hin? Was war das denn? Okay, wir sind hier. Immerhin, okay. Okay, wir wissen, hier kommt so ein komisches... Au! Ich glaube, es ist tot. Okay. Wer steht denn da hinten? Jetzt mal nachladen. Wer ist er? Hä? Okay. I do not get it. Sie steht da und heult. Ich darf offensichtlich nicht so nah an das Vier in der Wand, aber es macht ja nichts, weil wir haben es ja besiegt. Hier haben wir noch irgendein Zeug mitgenommen. Okay, wir gehen weiter. Das ist wirklich ein ganz furchtbarer Abschnitt gerade. Also, das ist wirklich schlimm. Dr. Dann war es das Böken. Persönliches Logbuch von Dr. Er hat er mit dem Marker beschäftigt. Als ob das jetzt noch was ausmacht. Er ist außerdem dem gleichen Wahnsinn wie der Rest der Kolonie verfallen. Erst gestern erzählte er mir, er hätte mit seiner Frau gesprochen. Nur dass Amelia Cain schon seit Jahren tot ist. Mein Proband wird unruhig. Geduld. Deine Zeit kommt. Sehr bald. Der hat irgendwelche komischen Pyroglyphen hier über die Wand geschrieben. It's time. Es ist Zeit. Mhm. Probe 9797 wird der chemischen Verbindung hinzugefügt. Bitte zum Abschluss mischen. Mhm. Und jetzt? Das war's, Isaac. Jetzt musst du nur noch was... Das reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle. In Gottes Plan. Empfangen Sie Ihren Unterkampf. Nein! Nein! So muss ich ihn lang. Da hinten ist so ein Luftdings. Da müssen wir nicht lang. Okay. Ich renne einfach mal. Iiiiiiii! 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 Oh, die haben uns fast getötet. Holy shit. Ach du Kaka-Wurst! Lass mich hier mal lang. Ich weiß gar nicht, ob ich hier lang muss. Ehrlich gesagt. Bin ich mir da nicht so sicher. Aber wir gehen einfach mal weiter. Aha. Okay. Wo ist die Speicherstation hin? Hier war doch immer eine Speicherstation. Hier war eine Speicherstation. Hier war eine Speicherstation. Hier war eine Speicherstation. Wo sind die Speicher? Ich kann Sie kaum noch hören, Hammond. Ich versuche mal den anderen Kanal. Oh nein, ich höre das Vieh. Ich habe für ein Signal verloren. Ich scanne weiter alles nach seinem Standort. Wir brauchen die Bemissung. Ich höre dieses Kaka-Wie. Ich höre dieses Kaka-Wie. Ich höre das Kaka-Wie. Oh nein, 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 nein. Oh nein. Ich bin schon mal rein. Keine. Oh nein. Oh nein. Ich habe Kaka-Wie. WilliIL. Ich habe rud blebel. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Sorry, dass ich gerade irgendwie... Oh Gott. Ich bin gerade noch ein bisschen fertig, ey. Nee, was? Okay. Dann gehen wir mal weiter. Bei mir hängt es immer richtig von der Tagesform ab, wie sehr ich mich bei sowas grusele. Oh nee, nicht wieder hier lang. Nein! Warum ist denn die Tür da so komisch runtergegangen? Was soll ich denn das denn? Leviathan. Nein! Geh runter von mir! Oh, ich hasse diese Dinger. Ich hasse sie so sehr. Okay, wir müssen nicht wieder oben lang und unten lang. Ich will hier überhaupt nicht lang. Was muss ich hier überhaupt machen? Was ist mein Ziel? Ja. Gucken wir doch mal nach. Gift herstellen. Okay. Da geht's lang. Oh, hier sind wir wieder. Ja. Oh, na super. Oh nein. Wie viel gesucht ist. Warum? Ist das dein Ernst? Und jetzt? Jetzt sind wir wieder eingesperrt. Na super. Na toll. Mach doch mal die Tür auf! Ja, mach die Tür auf. Ich habe immer noch keine Antwort von Hammond, also sei vorsichtig. Keine Ahnung, wie verseucht das Deck ist. Ich fange an, ihre Einstellung zu bewundern, so deplatziert sie auch sein mag. Ich glaube, ich glaube, sie sollten ihn sehen, den ganzen Plan. Sie sollten das kollektive Bewusstsein nicht verschmähen. Sie verdienen es, zumindest Zeuge zu werden. Ich hasse ihn. Jetzt kommen wir nur hier lang, oder was? Ich würde gerne zurück. Lass mich da lang. Oh Mann, ey. Okay, wir speichern. Also der Kapitel 5 Abschnitt ist schon wirklich heftig. Finde ich. Der macht mich schon ein bisschen fertig, ey. Okay, wir haben auf jeden Fall noch richtig viel Munition hierfür. Ich weiß, wir können auch erstmal wieder meine Lieblingswaffe benutzen. Da hinten ist er. Hör auf, ey. Ich habe keine Lust auf so eine Scheiße. Wer es glaubt. Ich muss irgendwie da rein. Toll. Ja, das ist ja herrlich hier. Ich höre es ganz laut. Nee. Was muss ich jetzt machen? Oh, Gottes Willen. Dann mal ganz kurz. Und mach hier mal Stase voll und so. Der hüpft einfach hier rum. Ja, ist es jetzt gut. Nein! Oh Gott, das ist hart gerade. Oh, voll zertreten. Wart mal bitte nach. Oh nein. Aua. Hallo! Ich habe dich gerade gestaset. Können wir hier vielleicht lang? Ja, sehr gut. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Au, hör doch mal auf. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich schlagen muss. Was muss ich denn machen? Da muss ich lang. Und wann geht die auf? Muss ich ihn da reinlocken? Nee! Was? Wie kommst du denn hier rein? Das ist ja fies. Ich muss ihn irgendwie hier reinlocken. Und dann muss ich die Stase machen und dann muss er hier liegen bleiben. Oh Gott, wie kriegen wir das denn hin? Okay, aber ich denke, das verstehe ich. Okay, und rennen? Das hat er rückgekloppt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist das Letzte, was wir von diesem Ding gesehen haben. Ich konnte Mercers Sicherung umgehen. In deiner Nähe ist eine kleinere Monorailstation, die dich zu den Hydrokulturen bringen wird. Hoffentlich reicht uns die Zeit. Ich kann nicht mehr. Alter, was für eine Scheiße war das, ey? Wir kommen jetzt in den nächsten Abschnitt, glaube ich. Nächste Monorailstation. Monorailstation. Ah, da sind wir schon. Oh Gott sei Dank. Okay, noch ein bisschen Zeug einsammeln. Aber ich finde es auch cool. Was war das? Bin ich irgendwo drüber gelaufen? Aber ich finde es schön, dass hier auch wenigstens immer eine Bahn direkt wartet. Ist doch herrlich. Und in der Bahn ist auch nie ein Gegner. Puh, geschafft. Oh mein Gott.